Musik Faul! Was ist denn? Das war ganz eindeutig fußfaul. Was ist denn fußfaul? Im Strafraum darf man den Ball höchstens zweimal mit demselben Fuß berühren. Das stimmt doch gar nicht, die Regel gibt's nicht. Das steht aber in den Regeln. Dann zeig mal die Regeln. Hier, bitte. Das kann man gar nicht lesen. Das ist auf Latein. Wo können wir denn dahin, wenn jeder seine Regeln selbst lesen und deuten könnte? Zu einer gerechteren Welt und aufgeklärten Spielern. Die Regeln sollen die Regeln machen. Nicht der Schiedsrichter, so wie er will. Und außerdem sollte man das mal auf Deutsch übersetzen. Du hast recht. Na? Das gleiche hab ich vor 600 Jahren auch gesagt. Doch dann wurde ich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Musik Untertitelung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020